Guten Morgen. Ja, wir wollten uns mal wieder melden oder ich besser gesagt. Ich hoffe, man hört mich gut. Wir sitzen hier in einem Café und gleich kommt unser Frühstück. Und ja, es gab verschiedene Anfragen, ob es uns gut geht und ja, deswegen dachte ich, melde mich jetzt mal. Also uns geht es sehr gut. Wir genießen den Sommer in Weißrussland und ja, wir lieben dieses Land jeden Tag mehr und mehr. Und die Menschen hier sind sehr freundlich und ja, also sehr hohe Lebensqualität für uns, die wir hier haben. Und ja, ich wollte auch noch ein kleines Update geben bezüglich der Einreise- und Ausreisemöglichkeiten. Da hat sich was geändert. Ich werde den Link unten einstellen. Ich kann nur sagen, lest am besten die russische Version oder lasst euch die russische Version über Google Translate übersetzen, weil die englische Übersetzung auf der Seite würde ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die komplett ist. Genau, also die größte Änderung für uns als Leute mit Aufenthaltsgenehmigung ist, dass wir jetzt auch über Land einmal alle sechs Monate ausreisen dürfen. Also über Flugzeug ging das ja schon die ganze Zeit, aber über Land geht jetzt eben auch einmal alle sechs Monate. Man braucht keinen medizinischen Grund mehr oder irgendeinen anderen Grund. Einmal alle sechs Monate kann man quasi mit dem Bus nach Litauen, nach Vilnius und dann einen Billigflieger nach Deutschland nehmen. Das ist schon eine große Neuigkeit für uns, Verbesserung. Wobei, ja, wie gesagt, man kommt auch über Minsk raus. Da geht es halt hauptsächlich über Istanbul im Moment. Es ist nicht so billig, aber man kriegt da auch schnelle Verbindungen, dass man in, ich sag mal, acht Stunden, unter acht Stunden in Frankfurt ist von hier aus. Das ist es okay. Gut, das war es von uns. Nur ein kurzes Video. Wir melden uns wieder mit längeren Videos, mit Sachen, die wir hier filmen, die uns gefallen, die vielleicht interessant sind für euch. Und natürlich sind jeder Kommentar ist willkommen. Und Likes nehmen wir auch gerne an. Und wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten. Tschüss, macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.